Ja, da habe ich noch ein altes Ducati Motorrad gefunden, das schon so lange steht dem Stab noch zu urteilen, also seit 10 Jahren oder länger vielleicht sogar steht das hier unten in einer Tiefgarage mit italienischem Kennzeichen das hat wahrscheinlich mal einer vergessen richtig dicker Tank, richtig cooles Motorrad noch Zucati Rahmen, deutlich klare Zeichen, mega Ausbauanlage Ja, das ist ein richtig cooles Teil Vintage Motorrad, Klassiker aber Powerful, sieht vom Motorrad noch relativ gut aus Ich denke, das könnte man gut flott machen Ja, der Blink ist gebrochen Ja, das ist aber das einzige, das ist wahrscheinlich eine andere Arbeit, kann man wahrscheinlich wieder richten und kriegt man vielleicht sogar noch das Originalteil dafür Keine Ahnung, wie viel Kubik das Teil haben könnte oder welches Modell das genau ist Aber ein richtiger Ducati Fan, der jetzt dieses Video sieht kann mir da sicher ein bisschen auf die Sprünge helfen, dann werde ich das nämlich noch einfügen Aber es sieht schon groß aus, also sicher 750 Kubik oder so Ducati Ducati Welches Jahr ist das 8? Ich habe noch ein S4 gefunden Ich habe fast das Mazen Ducati